ja hallo und herzlich willkommen liebe community hier ist mal wieder euer krissel schnitzel und ja es kann sein dass gerade ein bisschen geruckelt hat alles ist gut ja hier ist station hier ist nächster teil und heute wollen wir gucken ob das mit der vending machine hier funktioniert in der letzten folge hatten wir das ganze ja schon zusammen gebastelt interessant ist dass die vending machine tatsächlich leer ist also sie hat jetzt noch nichts angefordert ja das wird wahrscheinlich dann erst passieren wir können ja mal gucken rakete ist los die holen mal die schießen wir gleich noch mal weg nicht erschrecken wird laut schulz so energie technisch sieht es auch nicht so schlecht aus aktuell aber jetzt schon 400 text drin also schon mehr als die hälfte das ist nicht gut gut und jetzt wollen wir mal versuchen ich habe jetzt hier die die schule hier noch offen gelassen damit die jetzt hier nicht gleich da rein knallt werden wir jetzt mal eisen anfordern so jetzt fordern wir eisen an mal sehen was jetzt hier passiert ich höre irgendwas ja wenn den machine hat eisen drin das okay jetzt gucken wir mal ob hier ein stack eisen gerade raus hier ballert kam oder nicht okay die vending machine hatten angefordert aber er kommt hier noch nicht raus ich weiß nicht muss man da nochmal drücken oder so oder muss man die vending machine erst voll machen mit mit den sachen muss man dann immer ein zweites mal drücken weil hier ist ja jetzt eisen drin 50 mal eisen sind hier drin das ist gut dann müssen wir jetzt einmal alle durchklicken und einmal an an andrücken oder was oder wie oder was ist hier los ich klicke noch mal auf eisen mal gucken ob es auch bei mir den rausschmeißt zweites mal eisen es war ja noch nichts drin in der wending machine ja also das ist wohl nicht so vorsehen dass die sich selbst belädt so ich höre dass sie jetzt auf jeden fall noch einen zweiten stack eisen eingeladen hat aber hier kommt kein eisen an also ich weiß nicht ob das jetzt schon wieder in den ofen reingefallen ist aber ne ist es nicht die wending machine hat jetzt auf jeden fall eisen drin hätte man da vielleicht dauert es auch ein bisschen bis sie ankommt aber aktuell sehe ich da noch kein eisen ankommen das müsste aus der chute raus poppen weil ja dies ja offen das ist natürlich schade dass das jetzt hier nicht so funktioniert wie ich mir das dachte dass die wending machine das dann auch abliefert weil das tut sie nämlich gerade nicht aber sie hat auf jeden fall eisen eingesammelt ups gucken wir mal ob wir hier alles richtig gemacht haben haben wir irgendwo eine unterbrechung ne hier haben wir keine ist auch alles okay es kommt kein eisen an das ist sehr schlecht dann müssen wir jetzt erstmal lange bleiben warum das so ist wir stellen das mal auf ein anderes erz und gucken mal ob die wending machine dann sich noch einen anderen slot voll macht mit material wir nehmen mal kupfer klicken wir mal drauf gucken wir mal ob sie sich jetzt kupfer rein holt ne hat sie nicht da ist das kupfer hat sie also doch gemacht das heißt sie hat jetzt zwei stacks eisen und zwei stacks kupfer aber sie gibt uns die sachen nicht raus also ist die frage haben wir hier irgendwas verkehrt gemacht hier ist das teil dran hier muss der button vom ofen dran hier muss die wending machine dran hier muss der silo 1ic silo 2ic hier ist kommt nichts dran hier muss der button x button ofen auswahl haben wir x button ofen auswahl genau eisen silo gold silo sdb kohle silo und silizium silo hammer hier muss auch der button dran benjamin x button ofen auswahl silber silo blei silo nickel silo cobalt silo gar kein silo okay die wending machine gibt uns das aber nicht raus jetzt ist die frage was haben wir verkehrt gemacht wir gucken uns mal den code nein gucken uns mal den code an die silos werden geöffnet und übergeben dann die sachen okay das ist soweit klar wir gucken noch mal hier beim windows kript gucken wir noch mal rein okay wir haben dann damit die auswahl was wir gerade haben wollen das wird dann tatsächlich auf den vendor auf das ic geschrieben und dann werden die silo ic ist gesetzt auf das und die lesen das ja aus so und wann schmeißt die wending machine das raus request db setting ist okay und dann holt die das das hat sie ja gemacht aber warum spuckt es nicht aus das ist die frage warum spuckt sie es nicht aus ein dial in button ich habe keine ahnung sie spuckt es einfach nicht aus also sie sie hat das gesammelt das sollte sie auch das hat sie gemacht zwei stacks eisen ein stack kupfer ja seht ihr hier hat sie aber sie holt es nicht raus das ist doof okay cannot inject is the device is not turned on oh man ey fick dreck scheiß arsch schweine backen da däm däm hihihihihihi hihihihihihihihihihihihihihihihihihi hier ist es oh man ey ich bin so blöd wie zwei strains tier klinken wirklich 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 so komm hier kasih körper Hau raus. Das ist jetzt die Frage, wollen wir das direkt an den Ofen anbauen? Jetzt funktioniert es auch. Cool. Wollen wir das direkt an den Ofen ranknallen? Aber da laufen wir natürlich Gefahr, dass wenn wir aus Versehen irgendein falsches Rezept machen, dass wir dann irgendeinen Blödsinn produzieren. Aber eigentlich, man drückt drauf, das ist immer ein Stack und wartet bis der Ofen das verarbeitet hat und dann holt man den nächsten Stack. Also eigentlich können wir das direkt an den Ofen anschließen, bin ich der Meinung. Also da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Das können wir gleich mal ausprobieren. Wir probieren das mal bei Stahl aus. Ich will bloß das Inventar leer haben. Können wir eigentlich auch andere Sachen in den Ofen stecken? Das noch gar nicht ausprobiert, ey. Das geht. Man muss die Venning-Maschine anschalten. Dann klappt es auch. Ha. Dann probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Und zwar nehmen wir jetzt mal Benjamin Bohrmaschine hier und schließen den jetzt mal da an. So. Was brauchen wir denn? Was wollen wir denn schmelzen? Hm. Wir haben ja eigentlich noch genug Schnatter hier, aber... Ähm... Wer ist eigentlich Benjamin Button? Woher kenne ich das? Keine Ahnung, ey. Wer hat hier schon wieder den Dings umgeschmissen? Okay, äh... Wir machen den mal aus. Man sollte die Venning-Maschine einfach anschalten. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Juhu! Ähm... Wir schmelzen mal Stahl. Wir brauchen ganz viele Gerüste, also schmelzen wir Stahl. Wir gucken nochmal bei Stahl. Für die, die es nicht wissen. Es leckt gerade. So. Hier haben wir Stahl. Stahl brauchen wir. Dreimal Eisen. Einmal Kohle. Okay. Warum geht jetzt... Warum kann ich jetzt nicht laufen? Äh, was? Seit wann kann ich nicht laufen, wenn Vicky Dingsbums offen ist hier? So. Äh... Dreimal Eisen. Dreimal Eisen. Okay, dann machen wir jetzt. Drücken wir jetzt mal drauf. Einmal Eisen. So, jetzt warten wir mal, bis das im Ofen ankommt. Das muss ja jetzt irgendwann kommen. Dauert immer ein bisschen. Das dürft ihr nicht vergessen. Nach dem Klicken. Also nicht drücken wie ein Weltmeister, weil dann fordert er 1000 Eisen an. Okay, da ist das Eisen. Das ist okay. Dann können wir jetzt gleich ein zweites Mal Eisen anfordern. Da müssen wir nicht warten, bis das kommt. Wir warten einfach einen kurzen Moment. Und drücken noch ein zweites Mal. Dann sollte auch noch ein zweiter Dings kommen. Ihr müsst ja immer... Ein zweiter Stack. Ihr müsst ja immer dem STB-Silo auch die Zeit geben, sich zu öffnen. Ja. So, jetzt warten wir noch auf den dritten. Der kommt bestimmt gleich. Ich habe ja ein zweites Mal oder ein drittes Mal gedrückt. Und wenn er nicht kommt, drücken wir einfach nochmal drauf. Ja. Okay, er kommt. Man muss tatsächlich abwarten, bis er fertig ist. Okay. Dann warten wir nochmal. Wir warten, wir warten, wir warten. Ne, wir warten nicht. Wir drücken gleich nochmal. Jetzt warten wir aber diesmal trotzdem. Wer weiß, was jetzt passiert. Vielleicht kommt ja jetzt gar kein Eisen mehr an. Weil wir haben ja gar kein Eisen mehr. Wir haben ja 100. Da kommt es. Super. So. Also müssen wir wirklich ein bisschen warten. Die Wending Machine brauchen ein bisschen Zeit. Und dann brauchen wir einmal Kohle. So. Dann gucken wir mal hier nach Kohle. Einmal Kohle. Bitte einmal Kohle. Und das ist doch super geil. Du brauchst ja keinen Stress mehr machen. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Anzeige der Stacks in den Silos. Das werde ich auch noch realisieren. Das können wir auch zusammen machen. Das ist ja kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt gerade keine Kohle kommt. Woran liegt es? Es kommt gerade keine Kohle. Okay. Oder es kommt Kohle. Ich weiß es nicht. Kommt. Da dauert es noch. Also. Jetzt habe ich keine gesehen. Gucken wir mal, ob die Wending Machine Kohle drin hat. Ah. Die hat keine. Sie hat keine Kohle drin. Doch. Hat sie. Vielleicht muss ich hier erst einmal einen Slot belegen. Das habe ich meine. Ich drücke einfach nochmal drauf. Vielleicht muss sie sich den beim ersten Mal erst holen. Und dann holt sie. Also soweit ich das nämlich weiß, ist das so, dass sie sich das ja nachfordert. Also. Wenn sie jetzt ein Stack Kohle rausgeschmissen hat. Sie muss sich ja erstmal ein Stack Kohle holen. Den muss sie vorhalten. Die Wending Machine. Und danach schmeißt sie dann. Genau, da ist es. Dann schmeißt sie den Stack Kohle raus. Und holt sich dann einen neuen. Ja. Genau. Und jetzt haben wir unseren Stahl. Also ihr wisst, was ich meine. Die Wending Machine müsst ihr quasi einmal beladen erstmal. Mit allen Erzen. Und dann klappt das. Ja. Also. Schick. Hat funktioniert. Ähm. Bin ich sehr zufrieden. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr dieses ganze Ding. Also nochmal vielen Dank an Crosin für diesen geilen Scheiß hier. Und natürlich Elmo für seine geile Furnace. Ähm. Ja. Ey. Es sieht doch geil aus. Und wir können ja dann schon mal gucken. Dass wir vielleicht schon mal anfangen, die Fahrstuhlteile zu bauen. Die brauchen ja auch ein paar Erze und alles. Und das können wir alles wunderschön machen. Weil wir ja einen wunderschönen, tollen, tollen Kram hier haben. Und ich sehe gerade, dass meine Rakete nicht mehr buggy ist. Sie fliegt. Die Gasnachbereitung hat auch funktioniert. 20 Megapascal. Super geil. Wir haben echt alles, was wir brauchen. Ha. Geil. Dann können wir ja bald losfliegen zum nächsten Planeten. So. Oh, das wird so krass. Da die Furnace wieder aufbauen und alles. Oh. Oh. Ich habe schon jetzt keine Lust mehr. So. Das können wir dann nachher noch zumachen hier. Damit das hier schön aussieht. Und dann haben wir hier eigentlich alles, was wir wirklich brauchen. Ja. Also Ast rein. Man könnte ja vielleicht tatsächlich. Ja. Man könnte ja tatsächlich vielleicht. den Ofen so bauen, dass er das gleich anfordert. Aber das ist eigentlich blöd. Weil wenn wir hier durchscrollen, kann sein, dass der Ofen dann irgendwelche Scheiße, Entschuldigung, irgendwelche Sachen anfordert, die die Vending Machine hier reinkippt. Obwohl wir die noch gar nicht haben wollen. Also wenn wir jetzt hier durchscrollen von Stahl nach Eisen. Nicht, dass er dann alles, was dazwischen ist, anfordert. Also das lassen wir lieber. Ja, ja, ja. Wir machen das lieber so von Hand, dass wir hier die Erze anfordern. Die gehen da gleich in den Ofen rein. Und dann. Ja. Haben wir eigentlich alles. Dann brauchen wir also auch keine Erze mehr umherschleppen. Wir haben das Erzverteilsystem hier fertig. Das gefällt mir wirklich sehr. Ähm. Super geil. Ja. Brauchen wir auch nicht mehr ran. Können wir zumachen. Ist alt schick. So. Und der kommt ja nachher hier hin. Aber den lassen wir erstmal hier. So. Das werden wir dann später noch zumachen wieder. Wo sind die, die hier waren? Weiß auch keiner. Ach, Mensch ey. Ich weiß man auch nicht. Irgendwas. Die habe ich bestimmt im Inventar. Ja, habe ich. Ah, siehst du. Irgendwann wird es mal eine Riesenexplosion geben, weil mein Kopf explodiert ist. Weil ich vergessen habe, wo mein Kopf ist. So. Ähm. Die können wir jetzt mal übereinander packen. Können wir jetzt mal hinschmeißen. Brauchen wir ja nicht in unserer Tasche. Ähm. Wir können auch mal die Glasdings rausnehmen und die Sheets. Und die brauchen wir gleich noch zum Zuschweißen. Die Konsolen können wir mal wegtun. Die brauchen wir nicht mehr. So. Dann haben wir ja weiter was, äh. Weiter was hinbekommen. Also müssen wir wirklich die Wending Machine auch anschalten. Das mit den Silos haut hin. Super geiler Code. Wie ich finde. Also wirklich toll gemacht. Ähm. Mit den Haschübergaben und sowas alles hier auf den Chips. Sehr, 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 sehr schön. Und wie gesagt, man muss natürlich die Wending Machine dann erst einmal beladen mit dem Erz, was man wünscht. Jetzt aktuell hat sie ja zum Beispiel kein Kobalt drin. Und wenn ich Kobalt wollte, müsste ich einmal drücken. Dann entsteht Kobalt. Und dann müsste ich noch ein zweites Mal drücken. Also dann holt sie sich Kobalt das erste Mal und belegt sich den hier im Slot. Und dann ich ein zweites Mal drücke, kriege ich das Kobalt. Wenn ich dann beim nächsten Mal Kobalt brauche, brauche ich nur noch einmal klicken, weil die Wending Machine sich automatisch diesen Slot wieder befüllt. Nachdem sie einmal Kobalt abgeworfen hat, gibt sie noch ein zweites Mal Kobalt, holt sie sich das aus dem Lager und belädt sich damit wieder und hält das vor. Ja. Sehr, 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 sehr schön gemacht, finde ich. Tolle Sache. Gut, ähm, dann können wir ja mal gucken, was uns der Fahrstuhl jetzt hier kostet, würde ich sagen. Wir können ja schon mal anfangen, wir haben ja noch eine Viertelstunde. Ähm, dann gucken wir mal. Fahrstuhl, was heißt denn Fahrstuhl auf Englisch? Ja. Ich weiß nicht, was Fahrstuhl auf Englisch heißt. Okay, dann gucken wir mal. Mir fällt gerade nicht ein, was das auf Englisch heißt. Das sind die Fabricator. Strukturen. Nein. Nein. Das sind Chairs. Elevator. Genau. So, wir brauchen ein Elevator Level. Ein Kit Elevator im Electronics Printer. Alter Scheiße, Solder brauchen wir dafür. Mal gucken. Electronics Printer. Ähm, Elevator. Ja, ich wusste es mal, dass es Elevator heißt. So, haben wir alles? Ja, haben wir. Oh, der druckt aber schnell. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher Teil vom Elevator das ist. Ob das jetzt die Etage ist oder die... Das ist nur ein Shaft. Ah, okay. Das ist das Level. Okay. Brauch Support. Was heißt, brauch Support? Wo muss der hin? Au. Na ja, gut. Guckt euch mal den Elevator an. Da muss hinten Strom dran. Und Datenport. Und das kriegen wir ja nicht hin, weil da eine Wand ist. Ich denke mal, das Problem ist die Wand. Aber ich kann mich auch irren. Huch. Tschüss. Ne. Das Problem ist nicht die Wand. Das Problem ist vielleicht die Wand hier. Ähm. Die Flex ist so krass laut, ey. Oh, ey. Junge. Okay. Darf er doch reinpassen? Oh, der passt da nicht hin, weil... ...da unsere Wand ist. Aber die Wand brauche ich, weil die geht in meinen... ...in meinen Dingsraum hier rein. Oh, nö, oder? Oh, nö. Vielleicht sind es ja auch die hier, die stören. Wir werden sehen. Ich sag ja, ich bin kein Elevator King. Also da hätte es rein gepasst? Ach so. Der braucht Support von dem wahrscheinlich. Kann das sein? Ja, ach du Scheiße. Jetzt muss ich noch einbauen. Wie viel brauche ich denn jetzt? Da brauche ich ja mindestens jetzt erstmal noch zwei andere. Und dann später für die Rakete nochmal einen unten für den Boden. Da haben wir bestimmt alles umsonst weggebaut hier. Ne, der passt da nicht hin. Oh Mann, ey. Warum nicht? Ist doch scheiße. Entschuldigung, ist so. Ja, der passt da nicht hin wegen dem Ding. Und würde er denn hier hinpassen? Ja, hier würde er hinpassen. Das sieht scheiße aus. Würde er hier irgendwo hinpassen? Nein. Ja, und nirgendwo. Warum, ey. Warum muss denn so ein Elevator immer freistehen? Das ist doch Quark, ey. Kann doch den nicht hier mitten in den Raum bauen. Sieht doch scheiße aus. Der Fahrstuhl muss woanders hin. Das können wir so nicht machen. Das gefällt mir nicht. Wie baue ich den? Ankel Grinder. Ah, okay. Ja, haben wir also hier alles umsonst weggerissen? Ich kann das nicht machen. Ich möchte hier nicht meine Wand wegbauen. Dann muss der Fahrstuhl halt woanders hin. Ähm. Oh, warte. Ich muss erstmal hier die Dings platzieren. Entschuldigung. Ne, das sind ja die Wände. Achso, ich hatte hier keinen, äh. Oh, es ist wieder verkehrt. Wieder verkehrt. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie man das macht. Er macht es wieder verkehrt. Ah. Ähm. Stealscheats. Sind das Stealscheats? Kann ich mich jetzt verarschen? Ja, so ist richtig. So, und jetzt müssen wir hier noch andersrum einhinbauen. Und hier nochmal Stealscheats. Komm, na. Ja, so ist richtig. So, jetzt brauchen wir noch eine Gerüst. Die Gerüste hatten wir, glaube ich, hier noch irgendwo. So, ähm. Vielleicht, ich hatte doch hier einen Haufen Gerüste hingepackt. Hier. Dann machen wir das hier wieder zu, dann kommt der fast nicht hin. Es geht nicht, genau. Es geht nicht, so sehr ich das auch möchte. Ich kann hier nicht die Wand wegreißen. Das funktioniert nicht. Ich brauche die Wand. Und ihr werdet jetzt sagen, äh, ist ja kein Problem, Chrissy. Geht doch ganz einfach. Kannst du doch so machen. Naja, dann machen wir das dann so, wenn ihr wisst, wie. Aber hier ging es nicht. So, äh, eine Bodenplatte. Hatte ich noch irgendwo, hatte ich noch irgendwo, die hatte ich ja hier hingeschmissen, ne? Komm, wir nehmen hier von hier hinten, von hier hinten eine. Da brauchen wir eh bloß noch eine hier. So. Hammer. Ich mach es mal wieder da hin. So. Okay, der Fahrstuhl muss also freistehend sein. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn er da in der Ecke gewesen wäre. Aber es ist immer blöd, Sachen in Ecken zu packen. Ich verstehe das. Aber wenn ich den jetzt hier direkt davor baue, sieht das total Much aus. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann bauen wir den lieber woanders hin. Im Fahrstuhl. Aber die Frage ist, wo? Es wäre natürlich cool, wenn wir aus unserer Werkstatt da hinkommen würden. Ja. Die Frage ist, wo können wir den, wo können wir den hier hinstellen, wo er uns nicht stört. Und, ja. Also schön wäre natürlich, wenn er hier gewesen wäre. Ja. Dann geht man hier rin und fährt runter. Aber hier ist ja schon, ist ja schon was gebaut. Hier vielleicht. Hier zwischen. Aber das wird hier auch alles wegkommen nachher später. Dann steht er hier irgendwo mitten im Raum. Das ist auch blöd. Ja. Naja gut. Ihr könnt mir mal schreiben, welche Ideen ihr habt, wo wir den Fahrstuhl hinbauen wollen. Ähm. Mit dem wir dann zur Rakete kommen. Zum Fuß der Rakete. Und, äh, in unseren Servicebereich. Ja. Könnt ihr mir ja mal einen Tipp geben, wo wollen wir das Ding hinbauen. Also prädestiniert wäre ja wahrscheinlich eher so die Ecke hier vorne. Aber, schauen wir mal. Ist die Rakete gerade wieder hinkommen? Ja. 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 Gut. Und in der nächsten Folge bauen wir uns dann auch noch eine Anzeige, wie viel, äh, Ohr wir noch haben, von welcher Sorte. Das, äh, werden wir nicht irgendwo klauen, den Code. Den werden wir selber schreiben. So kompliziert ist das nämlich nicht. Da brauchen wir bloß hier ein paar LED Displays und, äh, ja, ein, äh, Zugriff auf die Silos. Was anderes brauchen wir da nicht. Und, äh, wir brauchen, wir können mit einem Chip können wir drei Silos bearbeiten. Drei Silos, genau. Wir brauchen eine Anzeige und das Kontakt für den Silo. Also, ja, drei pro Chip. Und da wir ja neun Silos haben, brauchen wir drei, äh, drei Gehäuse. Ja, okay. Ja. Mir ist müde. Ich habe keine Lust mehr. Ähm, ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wir sind ein paar geile Typen. Und Typenen. Weil ich habe ja gesehen, glaube ich, 0,4% weiblicher Anteil. Also, auch ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann basteln wir uns erstmal ein Display für unsere, äh, Anzeige, wie viele Stacks wir haben in den Silos. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Chris. Tschüss. Tötsch.